Könnt ihr uns gut hören? Da hinten antwortet keiner. Es ist ein bisschen schwierig mit der Lautstärke. Wir müssen das kurz erklären. Normalerweise spielen wir lauter. Aber es gibt ja hier die Bestimmung in Leipzig mit dieser höchsten dB-Messzahl. Das heißt, wenn ihr uns dort hinten hören könntet, wären wir schon zu laut. Deswegen werden wir extra deutlich artikulieren, damit ihr von hinten von den Lippen ablesen könnt, was wir spielen. Beziehungsweise bei schwierigen Nummern geben wir die Titelliste übers Publikum nach hinten durch, damit ihr wisst, was ihr verpasst. Beziehungsweise haben wir uns überlegt, dass wir das dadurch lösen können, indem wir immer mal das Publikum austauschen in einem Rotationsprinzip. Das ist so etwas ähnliches wie eine Polonaise, allerdings kleidförmig im Schneckenformat. Und die dreht sich dann quasi die ganze Zeit, sodass jeder mal in den Genuss kommt, hier vorhin vorbeizukommen und zu hören, was wir spielen. Wir wollen mal einen kleinen Chat machen, wenn ich jetzt sage, Hände hoch, dann nehmen alle die Hände hoch, die mich hören können. Hände hoch. Viele sind es nicht. Na doch, hier, also die ersten fünf Meter, Leute.